servus leute ich hoffe ihr habt mich vermisst ich bin wieder da so mal gleich weiter er hat mir gleich ein bisschen auszug genommen deswegen kam gestern kein video bin ja nicht abhängig davon ihr auch nicht deswegen ist ja wurscht machen wir einfach weiter zack 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 was haben wir denn ein funkenblitz also wegen schlechter hättest uns nicht anfangen lassen können oder ok gut aber wenig haben wir wasser hey schon mal eins wir haben wasser das ist nicht immer so gegeben so selbstverständlich meine so den hammer und es ist ein guter stab mit scheiß zauber ja da müssen wir jetzt zack 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 können wir einfach wegen vorschießen für die ach really bis dich die zauber sind echt scheiß hätte irgendwas normales denken hätte auch irgendwas normales denken damit wäre ja zu fliegen gewesen schluck auf da kann man da drauf ja oh fuck uhhhh das war knapp das war knapp und das auch gut schon wieder nix hm nope uhhhh das ist schön das ist schön ja so wir haben ein zauberstab wir haben einmal leben aufgesammelt perfekt ich hab noch keine mehr 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 so weiter zack oh zack nein okay oh das war knapp oh das uuuuuh gut perfekt hier gehts nicht lang natürlich vielleicht gehts ja hier lang puf nein hier gehts auch nicht lang scheiße muss ich mir jetzt wieder durchsprengen leute ne ich will meine bombe nicht verschwinden darum gehts oh gott okay anscheinend sind wir ein wenig gezwungen oh gott nein was mach ich jetzt was mach ich jetzt was mach ich jetzt oh gott jetzt was ist denn mit meinem oooohh weiter und wasser zum glück hätte auch säure sein können ja ok säure jetzt vielleicht nicht aber Gift ähm öl hm lava na lava wahrscheinlich auch nicht wer das holz verbrannt das sieht natürlich wieder klasse aus und wir sind wieder komplett eingesperrt oooohh tschüss natürlich wieso muss eigentlich alles hier anfangen zu brennen kann mir das mal einer sagen ach schlimm 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 und wir kommen hier immer noch nicht durch das warten wir halt kurz obwohl geht schon hop hop und nochmal ein Zauberstab ja 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 dafür geben wir gerne eine Bombe zack und den nehmen wir auch noch gleich mit da komm ja oder haben wir den mitgenommen ich glaube nicht nein wieder ein guter Zauberstab mit sehr gefährlichen Zauberleute sehr sehr gefährlich sehr sehr gefährlich aber er schießt verdammt schnell und ist verdammt mächtig jetzt aber ziemlich gefährlich ich würde auch gerne gucken was da drin ist wenn da nicht so viel brennen würde da ist nochmal ein Zauberstab hey haben wir ein Glück und es ist nochmal genau der gleiche ja ok es ist nicht genau der gleiche aber ja die Zauber brauchen wir jetzt wow ich glaub da hat jemand einen Zauberstab oder ja ja genau was ich mir gedacht hab bomben wahrscheinlich ja brauchen wir brauchen wir vielleicht besser als das hier würde ich sagen den identischen Zauberstab haben wir eh schon und was ist das da unten schauen wir uns jetzt mal an hopp und wieder so ein Zauberstab bloß diesmal mit dem Gigascheibenprojektil mit merkwürdigen Flugmuster ja ja merkwürdiges Flugmuster ich lass dich mal da ihr wisst bestimmt alle was es macht ich muss es euch nicht erklären und sterben will ich jetzt auch nicht deswegen lassen wir das mal da wo es ist oh das war ach jetzt brennt das auch noch tschüss weiter 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 hop 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 tschüss 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 wuuu alles gut so gehen wir weiter oh 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 nein könntest du bitte sterben alter wie viele Schüsse brauchst du das macht 20 pro Schuss so weiter wir haben uns noch nicht ein einziges Mal selber getroffen das ist klasse oh 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 pfff uuuu wie bin ich da rauskommen oh ist ok tschüss kein Bock hier so oh oh ok gut schock meint jetzt bounce das zurück und mach dann das Fass ey ne Schatzruhe gucken ob es echt ist ja sie ist echt trank mit und sich bat ihm naja ist jetzt nicht das uah ok anderer Zauberstab bitte zack ah die haben sogar ne die haben keine Resistenz gut hab gemeint das hat noch 15 gemacht aber hey reicht doch und komm 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 hm immer noch nix hm ja ok natürlich haben wir ein Leben wir haben genug Zauberstäbe wir könnten eigentlich gehen könnten ne hier ist nichts mehr Leute wir verpissen uns oh mein Gott das war knapp tschüss 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 spiel mir das selber gut ich muss mal meinen Stuhl wieder hochsetzen unfassbar niedrig oh Gott mein ganzer Greenscreen gut passt das ja Leben haben wir aufgefüllt wir haben hm 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 waaat 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 der ist ja mal mächtig der ist ja mal richtig mächtig warte die tun wir einfach da hin den können wir eigentlich raushauen den hätte ich eigentlich gerne hierhin gepackt mit 0,07 aber der mit 0,05 und Geschwindigkeit pfff pfff scheiße ich hätte gerne beide aber ich kann mir beide nicht leisten was grummelt da so äh Zauberstab Radar telekinetischer Kick ah vielleicht nur den Zauberstab Radar aber wir finden es ja auch so schätze schnellere Bewegung oder hungriges Gespenst beschwert einen fröhlichen Helfer der gelegentlich feindliche Projektile frisst üähn nie nehme die schnelle Bewegung und ich möchte ihn hier und dafür geht alles ich brauchen nur einen da von einem davon weg 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 zack zack ...wieso kann ich ihn nicht kaufen WINEIT? I民 haben w Neiiiiin Ich bin so ein verdr因iot wieso tu ich das so also damit müssen wir erst mal auskommen Ich weiß Der andere wäre um einiges besser gewesen, aber naja. Verdammt! Aber schneller Bewegung ist klasse. Tschüss! Tschüss, tschüss, tschüss! Und da ist ein Stab. Bombe reinschmeißen. Nein, nein! Ratte, bleib! Ratte, bleib! Was ist das? Oh! Bouncy Boss! Uh! 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 Okay, der ist scheiße so... Weiter, weiter, weiter! Leute, zum Glück sind wir so schnell. Das geht jetzt um einiges schneller. Und wir sterben um einiges schneller! Leute! Wir brauchen noch so einen starken Schwebezauber. Das auf jeden Fall. Oh Gott! Oh Gott! Und ich brenne! Uh! Weiter, weiter, weiter! Hallo, hallo! Ah! Ich meine, du kannst denn nach oben stehen! Uh! Bleib! 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 Oh Leute! Oh! Weiter, weiter, weiter! Mama, fliege! Mama, fliege! Uh! Mama, fliege! Wieso wackelt alles? Der Stoff zu wackeln! So wie Schießpulver kann ich auch gar nicht hochgehen, solange wie du wackelst. Ah! Uh! Zauberstab, zauberstab, zauberstab! Ah! Was ist hinten? Keine Ahnung. Hm. Zauberstab, zauberstab, zauberstab! Tschüss! Ich hoffe, den hat's erwischt. Bye, bye! Oh! Und da kommen wir jetzt natürlich... Okay. Das ist nur ein Kopf oder ein Oberkörper von ihm. Geil. Was ist da? Nichts. Was ist hier? Nichts. Hm. Wie kommen wir zu diesen... Hallo? Kannst du mal aufhören zu flüchten jetzt? Oh, hallo! Ist das nochmal jemand? Okay, Gott. Jaaa! Funkenblitz mit Auslöser! Nice! Da kann ich die Scheibenprojektile eigentlich neisetzen. Wie viele haben wir davon? Eins. Verdammt. Hätte ich vielleicht besser aufpassen müssen. Mhm. Hätte ich vielleicht mehr als eins mitnehmen sollen! Was machst du jetzt hier?! Gut. Weiter. Wir haben noch 70 Leben. Das könnte nur... Gut, wann... Jaaa! Nein! Nein! Gut, danke! Tschüss! Weiter! Weiter! Uh! Wie hübsch! Das wäre ein Schroti! War zum Glück nur ne Ratte! Und... Nichts! Gut! Ja! Jetzt müssen wir halt einfach mal gucken... Wie weit wir hier in der Pilzkaverne vorankommen... Oh! Stirb! Los! Ich muss explodieren! Ja! Uh! Puff! Oh! Oh! Das war vielleicht keine gute Idee. Ja, okay! Wir können unbegrenzt schießen! Ich hoffe das wird langen! Oh! Gott! Pff! Oh! Das war der Super-GAU, Leute! Genau! Da hängt Flogen! Genau! Da hängt Schossen! Komischerweise, dass ich nicht fliegen kann! Ach! Komm! Komm! Ganz ehrlich! Kann es sein, dass die die Flugzeit kürzer gemacht haben! Irgendwie kommt es mir so vor! Als ob der früher länger hätte fliegen können! Oh! Komm! Stirb! Ja! 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 Komm! Es ist Karten Sinai! Verrack halte einfach! 3000 Leben! Oh! Scheiße! Leben Gut! Danke! Bitte, bitte geh auch! Bitte geh auch! Bitte geh auch! Bitte geh auch! Düstuh! Wärst du so freündlich? Virtue kindly! das zauberstab du sacke sich hat der teleport wie gott ich habe ja natürlich genau in dem moment wo ich lande nicht zwischen den zehn sekunden dazwischen wo ich die ganze zeit in der luft bin und versucht im scheiß auszweiten ein genau in dem moment wo ich lande und viele flocken viele flocken nicht mischen scheiß werte und viele wollen stadt da hätten wir noch nicht mit öl und polymorphin könnten wir eigentlich mitnehmen polymorphin für eine gewisse person die auftaucht wenn man sie nicht braucht ja ich rede von dir steve was machst du okay du bist ja natürlich ja natürlich pheromones ja genau das habe ich meint genau das gefördert und trotzdem greift er mir an das ist genau die idee was ich habe ja genau das habe ich verstanden wieso hast du das teleportium nicht weggebaut ich habe es noch gekriegt ja ich habe es noch gekriegt ja besser als die bomben schütze und ja wir dürfen jetzt kein schaden mehr kriegen weil sonst sind wir down richtig down will er gar nicht weitermachen will irgendwie nur nein okay ich gehe ich guck dass ich den schnellstmöglichen weg findet zu gehen okay leute wir gehen wir haben zwei leben uns gift nicht wirklich wir gehen wir haben leben gefunden wir haben vielleicht zwei leben funden sogar und so brauchen wir gehen wir gehen wir gehen nicht da lang nicht da lang haben wir um entschieden wir gehen anders rum das packen wir leute das packen nicht brennen nicht brennen wasser nicht brennen los 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 runter 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 weiter runter nicht weiter runter ok gold schätze ich ja viel gold haben wir jetzt nicht mitgenommen indem wir sind auch ziemlich schnell gestorben möchte ich es ja nee da gemeinten da gemeinten oder kann man da rein oh gott oh gott ok ok jetzt so ok ok ja da ist schon wieder nix ja genauso wie ich machte mir platz würde ich sagen gehen wir da lang probieren mal da lang zu geben ja 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 wir haben es geschafft uuuh 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 mein gott muss das immer so knapp sein und jetzt gib mir irgendwas irgendwas gutes bitte doppelzauber sind gut wir haben hier den zweier den wir schon mal gehabt haben der aber leider zu scheiße ist so dann fangen wir mal an so ist auch ziemlich schnell leer muss man sagen natürlich Wenn ich den da hinpacke, der wäre schon schneller dann, ja, muss 0,3 Zauberverzögerung, macht das noch was? Ah, ich brauch den aber in dem hier drin, also so im Endeffekt, aber der kostet halt 30 Mana, Leute, muss ich ja wohl, oh, natürlich, 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 scheißwerte, du hast scheißwerte, null Kapazität, wofür braucht man dich eigentlich? Ich hab nur einen zweiten, den lass ich hier jetzt, irgendwann kann man es sicher benutzen, jetzt noch nichts, ich weiß, dass man eine Kombination mit dieser großen Streuung machen kann, da die Wiederaufladezeit auch, ja, so geht's, sieht schon besser aus, die Frage ist bloß, wie viel Damage machen wir halt jetzt wirklich, uh, Bonuslotterie, wenn du für einen Bonus entscheidest, besteht eine Chance von 50%, dass die anderen nicht verschwinden, ja, wuhu, so, schauen wir mal, was gibt's denn noch, Rattenrächer, wenn du Schaden nimmst, besteht eine Chance, dass ein kleiner Rattenhelfer beschworen wird, und Rache-Tentakel, wieso krieg ich nur Rache-Sachen, die braucht die nicht, oh, heute haben wir kein Glück mit unseren Dingen, gut, die in einem kleinen Bereich hinter dir fliegen verschwinden, dann nehmen wir Atemlos, Atemlos, durch die Nacht, so, ich muss die mit reinnehmen, sonst macht das kein Damage, kann man rauslassen, kann man auch rauslassen, kann man wegschmeißen, so, weiter, Leute, ich hoffe, wir können einen kurzen Prozess machen mit allem, oh mein Gott, hallo, ich hab so'n Ding da dran, so, oh, ja, genau, genau, oh, ich mach ziemlich wenig Schaden, ich mach echt ziemlich wenig Schaden, Leute, oh, fuck, scheiße, und du wirst es nicht, ne, und dann mach ich das nicht kaputt, huuhu, das war, schön, und knapp, und ich hätte gerne das Gold, aber dafür müsste das Gas verschwinden, ach komm, da können wir doch, okay, gut, nimm immer, alles okay, kennst du, dankeschön, oh, wir könnten auch mit dem spielen, aber das wird echt net, einfach, ah, net schon wird das so ein Scheiß, nein, du erwisch mich nicht, du erwisch mich nicht, nein, du erwisch mich nicht, das werde ich nicht zulassen, ah, was, wo kommst du jetzt, oh, oh, ja, rein jetzt, los, 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 oh, oh, nein, nein, oh, da ist sogar der Schatz drin, wow, okay, könntet ihr alle sterben, das wär's ja net, ah, natürlich, okay, aber anscheinend sind alle tot, ich möchte nicht den, ich möchte den Bubblespark, dann geschehen, da wär so'n Ding, brauchen wir net, egal, huuh, wir waren aus der Ebene so schnell wie möglich verschwinden, hab ich das Gefühl, ich glaub, wir sollten uns mal auf dem Weg nach unten machen, ja, machen wir uns mal auf dem Weg nach unten, tschüss, 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 t Hier ist gar nichts, hier ist einfach gar nichts. Ja, ich tu mir jetzt zu den Püren. Fuuuuck! Scheiße, oh Gott. Mein Gott, wenn du in dem scheiß Eislevel kein Ding hast, dann... Ich hab wahrscheinlich einfach überrannt, wenn ich nichts Gutes hast. Okay. Damit war's mit der Folge. Leute, ihr wisst es. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, servus.